Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich die Ikea Pax-Beleuchtung einbaut und somit natürlich auch die LED-Lichtleiste bei unserem Kleiderschrank richtig montieren können. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige den Einbau mal bei meiner Oeverseedan-Leuchte mit Stromanschluss und das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Leuchten bzw. bei anderen Schränken relativ ähnlich. Zuerst einmal sollten wir auf jeden Fall die richtige Position von unserer Leuchte bestimmen. Hier gibt es normalerweise drei Varianten, auf die ich natürlich im Video auch drauf eingehen werde und es kommt einfach darauf an, ob du einen Schrank mit normalen Türen hast, wie ich zum Beispiel, oder auch so einen speziellen Schwebetürenschrank. Beim Schwebetürenschrank ist es normalerweise so, dass hier oben nämlich auch nochmal eine Schiene verläuft und wir können die Leuchte auch etwas unterhalb von dieser Schiene anbringen oder wie in meinem Fall mit solchen normalen Türen, da könnte ich jetzt die Leuchte auch bei so einem Boden hier auf die Unterseite bringen oder wie ich es gleich machen werde, auf der Unterseite von meinem Schrankkorpus. Hierfür müssen wir zuerst mal zwei solche Halterungen hier außen jeweils befestigen und danach können wir die Leuchte nämlich auch richtig montieren. Zum Markieren unserer Befestigung benötigen wir unbedingt mal diese Schablone, die natürlich mitgeliefert wurde und die können wir hier außen ganz einfach einmal nach innen schon etwas umklappen. Denn nun geht es darum, dass wir diese Schablone einmal hier oben gegen unseren Schrank halten und vor allem auch ganz nach drüben schieben und dann haben wir nämlich hier noch so eine kleine Bohrung in der Schablone drin, die ich jetzt mit einem Bleistift auch schon markieren kann. Auf der anderen Seite mache ich natürlich dasselbe Spiel auch und bohre die Stelle mit einem kleinen Bohrer ganz leicht vor, dass meine Schraube danach einfach nicht mehr verrutschen kann. Auf der linken Schrankseite benötigen wir dann diese Befestigung A und die können wir einmal so hier oben hingeben, dass auch dieser Keil auf jeden Fall zu uns nach vorne schaut. Und auf die andere Seite kommt logischerweise unsere Halterung B. Die beiden Halterungen sitzen und falls du jetzt aber einen Schwebetürenschrank hast, dann benötigst du einfach diese speziellen Halterungen. Die haben hier nämlich zwei solche kleinen Nasen und diese können wir nämlich auch hier oben bei den obersten beiden Löchern ganz einfach hereindrücken und somit haben wir dann auch den perfekten Abstand von hier oben nach unten, dass die Schiene von diesem Schwebetürenschrank auf keinen Fall stört. Dasselbe Spiel müssen wir natürlich mit dem Gegenstück auf der anderen Seite auch noch machen. Bevor wir weitermachen, sollten wir jetzt auf jeden Fall mal das entsprechende Kabel auch bei unserer Lichtleiste hier außen ganz einfach hineinstecken. Und danach müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass diese Sensoren auf jeden Fall nach unten zeigen und wir können dann auch schon nämlich mit der linken Seite hier beginnen, wo das Kabel dran ist, dass wir das Ganze einfach mal von der Seite hier außen hineinstecken. Bei der rechten Seite müssen wir die Leiste einfach mal ganz nach vorne geben, dann ganz nach oben und wir können sie auch schon so zurückschieben, dass sie in unserer Halterung einklipst. Im nächsten Schritt sollten wir auf jeden Fall schauen, dass wir das Kabel mal aus dem Schrank heraus bekommen. Normalerweise sollten wir laut Anleitung dann hier hinten links oben, wo das Kabel natürlich auch lang geht, mit einem Achterholzborder einmal ein Loch bauen. Dann bekommen wir das Kabel und vor allem auch den Stecker ganz einfach hindurch. Bei mir bietet es sich aber an, da ich hier hinten noch eine offene Stelle von der Wandbefestigung habe, dass ich natürlich das Kabel einfach hier hinten durch das Loch hindurch gebe. Damit unser Kabel auch im Schrank sauber verstaut ist, sollten wir zuerst mal jeweils ein Klebepad entfernen und auf die Rückseite von diesen Halterungen drauf geben. Und sobald wir das Kabel hier oben eingeklipst haben, können wir auch schon mal diese Trägerfolie noch ganz einfach herunterziehen und dann das Kabel bzw. diese Halter einfach an unserer Seitenwand befestigen. Möchten wir die Leuchte jetzt an der Unterseite von so einem Boden wie in meinem Fall anbringen, dann sollten wir zuerst mal den Boden entfernen. Das geht am leichtesten, indem wir das Ganze einfach nach oben einmal etwas rausheben und dann so schräg auch schon aus unserem Schrank rausbekommen. Wenn das geschehen ist, dann sollten wir mal schauen, dass wir auf jeden Fall auf der linken Seite unsere drei Bodenträger rausbekommen. Dann haben wir diese normalerweise auch mit einer Schraube befestigt, deswegen zuerst einmal das Ganze hier etwas abschrauben. Und auf der rechten Seite, da können wir mit gutem Gewissen jetzt die zwei hinteren Regal bzw. Bodenträger drin lassen und müssen aber auch hier vorne diesen Bodenträger noch herausnehmen. Wenn das geschehen ist, benötigen wir mal unsere mitgelieferten Bodenträger und auch unsere Halterung mit dem A drauf. Und dann geht es einfach darum, dass wir die Bodenträger auf jeden Fall mal hier hinten zweimal hineinbringen. Das Ganze natürlich auch, wenn wir mit unserer Schraube befestigen und die Halterung mit dem A, die kommt jetzt auch hier vorne auf die gewünschte Höhe in diese Bohrung hinein. Auf der rechten Seite benötigen wir dann nur wieder unsere Halterung mit der Kennzeichnung B und können diese auch schon ganz einfach in die entsprechende Bohrung hineingeben. Unseren Boden habe ich wieder richtig eingesetzt und dann geht es wie bei den Schritten zuvor darum, dass wir zuerst einmal unsere Leuchte auf der linken Seite mit dem Kabel von außen ganz einfach hineinstecken. Und dann auf der rechten Seite natürlich das Ganze nach oben drücken und auch hier nach hinten schieben, so dass es auch bei dieser Halterung wieder richtig einrastet. Auch hier müssen wir das Kabel wieder irgendwie rausbekommen, entweder mit einem Achterbohrer direkt wieder nach hinten durchbohren oder wie in meinem Fall dann einfach hier hinten in der Ecke einmal etwas nach oben bohren. Und dann kann ich nämlich das Kabel hier dann nach oben auch wieder aus meiner entsprechenden Bohrung rausführen. Im nächsten Schritt natürlich auch hier das Kabel nach oben einmal durchbädeln und schon aus unserem Schrank nach hinten durchbekommen. Sobald das Kabel jetzt auch schon leicht angezogen ist, können wir mal nochmal unseren Boden hier auf der linken Seite etwas hochheben und unser Kabel hinter diese Bodenträger hineingeben. Da hinten mache ich natürlich dasselbe Spiel auch, lasse den Boden wieder runter, eventuell muss die Schraube hier auch nochmal etwas lockern, dass das Kabel schön reingeht und dann schauen wir einfach, dass der Boden danach natürlich wieder richtig in unsere Halterungen rein plumpst und das Kabel ist auch schon sauber verstaut. Zum Anschließen muss ich mir auf jeden Fall noch einen passenden LED-Dreiber zulegen. Meiner hat hier hinten zum Beispiel drei Anschlüsse, den gibt es übrigens auch mit mehreren Anschlüssen. Kommt einfach darauf an, wie viel Leuchten du hast, dann das Ganze einfach mal hier vorne hineingeben und auf der anderen Seite können wir auch schon unser Stromkabel mal bei dem richtigen Anschluss hineingeben. Den LED-Dreiber, den könnten wir jetzt zum Beispiel mit drei solchen Schrauben noch irgendwo befestigen oder wir legen ihn natürlich auch einfach auf dem Schrank, wo wir ihn auch nicht mehr sehen können. Den Stecker kann ich danach einfach einmal in eine Steckdose hineingeben und die Leuchte sollte dann normalerweise auch schon von alleine leuchten. Rechts oben haben wir noch einen kleinen Schalter, der im Moment auf Auto steht. Bedeutet einfach, wenn die Tür offen ist, sollte normalerweise das Licht an sein und sobald die Tür zugeht, sollte das Licht auch schon wieder ausgehen. Oder ich stelle das Ganze auf On und habe natürlich dann auch dementsprechend Dauerlicht. Zum Testen mache ich jetzt einfach mal den Schrank zu. Der Schrank ist geschlossen, es dauert einen kurzen Moment. Das Licht sollte ausgehen, das schaut super aus. Und sobald ich den Schrank wieder ganz öffne, geht das Licht auch schon von alleine wieder an. Und somit haben wir auch schon unsere Ikea-Pax-Beleuchtung einmal richtig eingebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so eine Pax-Beleuchtung in den verschiedensten Varianten bzw. Größen oder auch einen hochwertigen Akkuschrauber mit einem passenden Holzborder zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.